Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der USB-Stick. Weihnachtsmann ist ein Hingucker. Ich hätte mir gedacht, die Umrisse sind stärker, aber habe mir das in schwarz nachgezeichnet, aber habe trotzdem Freude, um meine schönen Fotos zu speichern. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.